warte mal was habe ich denn hier eigentlich bekommen ich muss das mal analysieren ich zeige jetzt wie schnell man eine achs zusammen baut du hast glaube ich den rüsselkäfer analysiert was nicht realistisch du bist ein paar zentimeter groß was ist schon realistisch ich glaube wir sind sogar nur ein paar millimeter groß ja ame sind auch noch millimeter groß dafür hat ja keine ahnung zwei stunden gebraucht ich habe das game letztens noch nicht gespielt gehabt ja ich habe trotzdem auch nachgucken müssen gasmas hat mal vorher freigeschaltet jetzt hat der da hast du einen stinkelkäfer getötet infektet wie viel den hast du wahrscheinlich getroffen ja ja der war befallen mit irgendwas so pilzen oder sowas so blasen wo hast du den gefunden der ist auf mich zugelaufen ja er ist wahrscheinlich über die ganze karte gelaufen nur um dich zu treffen weil er gehört hat dass du da irgendwo rumlungerst theoretisch wenn wir auf dem marinchen käfer drauf sind und ihn töten also schlagen kann er uns doch gar nicht angreifen mach doch mach doch mach doch mach doch Bist du behindert? Schnell, Jolle, töte ihn vom Rücken aus. Ja, es geht! Oh, scheiße, ich bin tot. Ich leider auch. Er hat ausgetreten. Ja. Ach, das ist ja doof. Obwohl, die Tasche ist ja nicht so weit weg. Obwohl, da ist eine ganz andere Tasche. Ja, das ist meine. Nee, die 3-Zentimeter-Tasche ist wahrscheinlich deine. Na, meine ist jetzt 90 Zentimeter entfernt. Hm, Walter, da geh doch in dein Bettchen, hä? Ja. Beim Survival-Spiel muss es Todesstrafe geben. Was für eine Todesstrafe? Dass du, wenn du einen Tod kriegst, also wenn du stirbst... Junge, du weißt, dass das der Ameisenbau ist einfach, ne? Ja, ja. Die Ameise will den Marienchenkäfer angreifen. Toll. Was ist? Ja, dass du die Parts rausnimmst. Ist auch egal. Okay, nimm sie doch. Nein, behalte jetzt den Scheiß. Es ist jetzt scheißegal. Mein Inventar ist sowieso voll. Ja, meins nicht. Der bestürzt auch dauernd. Vorsicht! Ich weiß, da ist so ein Säure... Ach, das ist dieser Stinkekäfer. Nein, nein, meiner war kleiner. Nee, das ist aber wirklich ein Stinkekäfer. Ja, meiner war irgendwie infiziert oder sowas. Wollen wir ihn töten? Oh mein Gott. Oh Gott! Da ist Säure. Da muss man für die... für den eher die Pfeile... haben. Ja, und vielleicht auch die Gasmaske. Nee, die Gasmaske hilft ja nicht, wenn du Säure abkriegst. Stört nicht, Pascal. Ich sterbe nicht. Ich bin gerade über den Abgrund gehüpft und jetzt kann ich einfach abhauen. Hier muss es doch ein paar kleine Steinchen geben. Oh, ich hab was Leuchtendes gefunden. Wie, was, wo? Hier. Eine Spinne! Die ist über mir, oder? Nein, die ist nicht über dir. Ich bin weggelaufen. Ich hab irgendwas aktiviert. Nein, oder? Das ist ein Blubberteil. Ja, du hast ein Blubberteil eingesammelt. Ja, das war hier drin. Ja, das sind... Dein Scanner müsst du unten links angehen dann und die anzeigen, dass in der Nähe was ist. Dadurch kriegen wir Forschungspunkte, die du ja eigentlich beim Roboter investieren kannst in andere Sachen. Hier sind Spinnennetze und da ist die Spinne. Oh, da sind sogar zwei. Weg hier. Kämpfst du gerade gegen die Spinne? Nö, ich dachte, ich kann das Spinnennetze mitnehmen. Aber nur manche Spinnennetze sind irgendwie abbaubar. Spinne kommt! Eine Güte. Dass man die Pilze nicht kochen kann. Ich hab nur einen Pilz gegessen. Es ist nichts passiert. Ich laufe nur hier unten den Weg lang. Muss ja nicht immer was passiert sein. Richtig, Magic Mushroom. Ja, zerlegte Insekten essen wir eigentlich auch ganz gut. Ah, Homespeed Home. Hier ist ein Wassertropfen. Ah, jeder hat einen Wassertropfen. Wenn ich dich töte, hab ich alle Wassertropfen. Nein, jetzt nicht mehr. Ich hol den einfach aus deinem Magen wieder raus. Dann trinke ich dein Blut. Wie denn, wenn ich das Wasser aus dir rausgeholt hab? Ach. Wurrst als meine Moms Brussels sprouts. Was haben wir denn noch? Wo sind sie? Fuck. Ja, von der Ahornnuss haben wir natürlich nichts mehr. Also Haselnusszeug. Geh weg. Gnadfutz gibt's auch nicht mehr. Wirst du nochmal Company of Crime streamen? Da heute schon zwei gefragt haben. Ja. Habe ich aber auch schon gesagt, als einer gefragt hat, dass wir es nochmal spielen werden. Da sollte man lieber mit der Keule kämpfen, anstatt mit dem Speer. weil die Keule auch stunnen kann. Es muss erst mal Jorde vier Stunden das Rezept analysieren, bevor der eine eigene Keule macht. Ja, nein, ich suche was. Ich fand das auch gut. Also ich muss sagen, es liegt jetzt nicht heute daran, dass wir es an irgendwas Speziellen, dass ich es jetzt nicht nochmal gestreamt habe heute, sondern einfach weil Sonntag ist. Einmal Fragen für einen Stream reicht aus. Wirst du dann morgen wieder Sport streamen? Ich werde morgen früh wahrscheinlich Sport streamen, ja? Oder morgen Mittag, prima. Ich muss wirklich gucken. Ohne Scheiß, wir tun heute. Die Innenseiten meines Oberschenkels so scheiße weh, ey. Weil gestern so viele Beinübungen waren. Alles andere geht eigentlich. Also diese Innenseiten hier. Ich kann nicht sagen, dass ich den Muskel noch nicht gekannt habe, weil ich kenne es halt von früher, vom Sportstudio Sport machen. Aber es ist halt... Ich weiß nicht, ob das morgen schon wieder gut genug ist, vor allem weil die Beine halt unglaublich stark beansprucht werden. Jorde könnte sein angefangenes Gebäude auch mal... Du musst Jorde entschuldigen, der ist nicht fokussiert, wenn der was aufbaut. Da sagt er nicht, ich mach das mal fertig. Dann kommt unterwegs ein Schmetterling, dann jagt er den durch den halben Wald, mit Garten, was auch immer. Jetzt schaut er sich ja auch die Workbench wieder zwei Wochen an. Junge, ich such was raus. Was suchst du denn raus an der Werkbank? Geht dich nichts an. Dann machst du das. Geht dich nichts an. Mit dir in der Apokalypse festhängen. Ohne Scheiße, ey. Dann versuche ich es doch lieber alleine. Das hat nichts mit Eiswerden zu tun, das hat damit zu tun, dass wir die Trainingsstufe um drei erhöht haben. Ach, die Bandage wirkt über Zeit. Ja, und... Von drei auf neun erhöht. Wenn ich jetzt neun durch drei teile. Dann habe ich die Stufe um das Dreifache erhöht. Nein. Vom Training her habe ich das um die Stufe um das Dreifache erhöht. Das ist doch richtig. Im Spiel sind die Stufen zwar von eins bis dreißig gesetzt, aber wenn ich das doch von drei auf neun erhöhe, dann habe ich dann die Stufe drei verdreifacht. Ja, du hattest irgendwas von so neun geteilt durch drei gesagt. Richtig, ja. Dann ist das doch auch wieder drei. Also ist die Stufe jetzt dreimal so hoch wie vorher. Ist doch ganz logisch. Also habe ich den Schwierigkeitsgrad um das Dreifache erhöht in dem Sportspiel. Wird es gerade wieder Abend? Es ist schon 17.20. Verdreifacht. Wie auch immer. Komm, mach Morgensport, auch wenn die Beine brennen. Ja, ihr sollt Druck machen, ihr sollt mich aber nicht verletzen. Und ich habe gesagt, ich streame das, damit Leute mich daran erinnern. Aber wenn ich mal drei Tage anstatt zwei Tage Rest mache, ist das nicht so schlimm. Das finde ich noch im Rahmen. Es sollte halt nur nicht mehr sein. Los, du musst leiden. Barat hat mir heute auch in einer Voice mehr gesagt, dass meine Sportstreams ihn sehr amüsieren. Ich sollte es weitermachen. Also meine Spielsportstreams. Come here. Ich komme hier schon. Nicht du. Guck gerade, in welche Richtung ich laufen muss, damit das dämliche Ding hier anspringt. Und auch anbleibt. Für die Forschungsdaten. Würde sie wenigstens irgendwas machen können, wie so ein Piepsensor. Kann ich sein? Ja, der piepst ein bisschen. Also wenn der aufgeht, piepst der. Komm her, Rüsselkäfer. Komm her, Rüsselkäfer. Oh, das ist ja gemein. Richtig, umso näher ich komme, umso mehr Punkte zeigt er. Aber der zeigt mir keine, keinen Indikator für die Richtung an. Dann essen wir doch. Wenn wir daUNT Turnen haben, können wir ab das zu cropsier. Und wir gehen?" Und dann gehen wir Wonderland. Und dann gehen wir das mitten Mal. Und dann gehen die Aus homosexuals. Und dann gehen wir zuЕckeln. Vielen Dank. Und dann gehen wir mal. Und dann gehen wir zusammen. Und dann kommen wir an der 알았어, Und dann gehen wir dieérience Tokyo-Show. Und dann müssen wir uns Hari jusquики... und dann gehen die Parallität. Und dann gehen ihre Kopf aus. Und immer, wenn ich von dem Punkt hier weggehe, habe ich das Gefühl, dass das nicht heller wird. Es wird immer nur dunkler. Ja. Über mir leuchtet nichts. Unter mir, ich kann nicht buddeln. Aber alles gut. Ich nehme ein bisschen trockenes Gras noch mit. Höhle könnte natürlich sein. Ich muss jetzt eh zurück ins Lager, weil sonst sehe ich gleich nichts mehr. Jetzt ging ich schon wieder an, Sensor. Sensor. Äh, von drei, es ist egal, wie viele Stufen es gibt in dem Fall. Wenn du natürlich eine Prozentrechnung machst oder mit einem Dreisatz arbeitest, dann wäre das nicht richtig. Aber so ist das in dem Fall ja nicht. Geht ja auch nicht um das Prozentuale. Ach, dämliche Laus. Spring-Wooven-Fieber. Spring-Wooven-Fieber. Da haben wir noch. Was ist los? Willst du schlafen? Ja. Hm, hm. Ne. Ich bin aber noch gar nicht ins Bett. Bin doch gar nicht müde. Hast du mir meine Laus vom Essen runtergeholt? Ich hab mir selber eine gebraten. Ich hab doch gerade eine draufgemacht. Ich auch. Sie liegt vor deinen Füßen. Jetzt hast du sie weggekickt. Wann willst du mal das Ding hier fertig bauen? Morphe. Ich denk nicht, dass das passieren wird. Jetzt schlaf. Ich hab... Wir waren doch gerade schlafen. Es ist morgen. Meine Güte, bist du unaufmerksam? Ich geh jetzt zur großen Eiche. Weil ich jetzt Nüsse knacken werde. Warte, ich komm mit. Kriege Ameise. Juhu! Hast du schneller eingesammelt als ich? Wovon rätst du weg? Irgendein Geräusch war von da zu hören. Ich hab Sachen eingesammelt. Ja, ach, echt? Ich geh mal schnell analysieren. So, mehr hab ich nicht. Rubber. Ja, dann kannst du da weiter mitkommen. Ja, es gibt Rüstungen, Chris. Kommst du wieder? Da ist noch eine Ameise. Soldaten-Ameise. Die haben eine Spinne getötetet. Hier ist eine tote Spinne. Ich hab sie gelootet. Ich geh schnell analysieren, oder wollen wir... Geh analysieren! Geh analysieren, verdammte Hacke! Ach, damit kannst du Giftpfeile herstellen. Spider-Fang-Dagger. Wir können erst wieder in 8 Minuten was analysieren. Das ist okay. Warte, dann lege ich das vorsichtshalber hier ab. Hast du Jorda? Als Freund brauchst du keine Feinde mehr. Ach, das ist relativ. Ich hab das jetzt in dem Gerät, äh, Schuppen da abgelegt, ja. Jorda, warum drückst du einfach immer so schnell E? Weil ich schneller bin als du. Da ist noch eine Ameise. Warum bist du denn jetzt abgehauen? Achso, ich dachte, ich... Da sind drei Soldaten-Ameisen. Hier auf das Hinterteil, Mann. Bam, bam, bam! Ja! Ich hab keine Power mehr! Warum keine Rüstung, wenn er so viel kämpft? Weil... Ich meine Rüstung vorhin verloren habe, weil ich aus der Karte rausgehüpft bin. Hier ist noch eine Krieger-Ameise. Ich hab nicht mehr viel Leben. Du musst doch nur blocken, wenn der dich angreift. So, das ist der Auftrag auch mal fertig. Sehr gut. Nur Arbeit mit dem Jungen. Danke, Libby. Ja, lass uns den auch noch töten. Nein, der hält viel aus. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Knüppel wäre, vom Schaden her. Ja, wir können das in acht Minuten. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt ging. Vielleicht, weil wir was getötet haben. Der Marienkäfer hat uns gerade böse angeguckt. Ja. Also, analysieren kann ich jetzt nichts mehr. Ich geh mal zur Base. Lass mich durch! Ja, ich lege auch die Ameisen-Parts dann weg. Oder will ich die... Ohne, dafür hab ich zu wenig Parts. Da müssten wir mehr Ameisen auch töten. Also, ich hab acht Stück Ameisen-Parts. Hier sind noch mal neun Stück. Wo hast du die denn jetzt reingelegt? Na, äh, die hab ich jetzt erst mal im Inventar. Ja, ich wollte jetzt nur die in die richtige Kiste legen. Bzw. überhaupt in die Kiste. Ja, gut, dann lass uns die in die große Kiste packen, wa? Achso. Ja, die große Kiste, die voll ist. Egal, dann nehm ich das alles an mich. Und pack's hier rein. Ja. Ist ja auch sicher immer alles bei dir. Ja. Ja, ich bin tot. Ah, hier ist noch irgendwas. Ich bin tot. Du schuldig, dauernd nicht ich. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist schlimmer als Vater, Russell Strouds. Ich bin noch nie unbewusst gestorben. Ja, bei den Spinnen vielleicht manchmal. Es gibt jeden, also jeden Tag, also jedes Mal, wenn du im Spiel schläfst, gibt der Roboter drei neue Aufträge. Wenn du hingehst. Also, ich wollte eh beim Roboter mal reingucken. Wenn du schon am Baum bist, sollte man das vielleicht machen. Hm. Achso, das sind die Bläschen aus dem Teil hier. Ich glaube, ich würde wirklich tippen, dass auf dem Teil selbst was ist. Da vorne ist das. Am Ende vom Strohhalm. Ich bin mit meinem Hihihi Oh, sehr schön. Ach, so kann ich mich da nicht draufsetzen. Ah, Pusteblume, Pusteblume, wo bist du? Da gibt es irgendwas, was sogar einfacher wäre zum Hochbauen. Und an der höchsten Stelle halt, warum auch, wenn es schwer geht. Ich brauche nur irgendwas zum draufsteigen. Ich brauche für alles mindestens ein Stock von der Pusteblume. Gibt es ein Seil? Nein. Sowas in der Art gibt es nicht. Da ist die Pusteblume. Darf ich mir einen nehmen? Wofür? Für das Ding, das Wasserteil. Da ist sogar noch eins. Wo? Da liegt noch einer. Vor allem, wenn du von unserem Lager aus einfach, glaube ich, nach Norden gehst, da sind lauter Pusteblumen, die du fällen könntest für so einen Kack. Nee, du hast jetzt nicht. Du hast jetzt einfach eine von mir genommen. Es ist in der Natur, also gehört es niemandem. Doch. Ich glaube, er mag das nicht, dass da nichts drunter ist. Was auch bedeutet, dass ich ein doofes Gestell da drunter setzen muss. Ich bin ein Abenteuer. Und es war nicht fünf Stunden später. Verhältnismäßig ging das sogar recht schnell. Ach, das ist doch aus dem Ding hier. Letztes Mal sind die immer wieder verschwunden. Aber das ist aus dem Tetra-Pack hier. Ich werde auch satt davon. Die Tropfen, die hier um dieses Tetra-Pack herum liegen, die geben dir Nahrungsmittel und trinken. Ja, weil Zucker drin ist, glaube ich. Ja. Ist alles drin, was dein Körper braucht. Moment, was war das nochmal da oben? So, der Ameisenhügel fängt da an. Wir müssen auch in den Ameisenhügel mal rein und müssen Larven klauen. Da brauche ich erstmal eine Rüstung wieder. Wir müssen auch in den Ameisenhügel fängt da an. Wir müssen auch in den Ameisenhügel fängt da an. Habt ihr heute vor, eine Wolfsspinne zu erlegen? Klar. Machen wir immer nach dem Mittagessen. Ja. Die Frage wäre, wann wir das mal nicht tun. Die ganze Nuss packt in den Rucksack, weil das den bodenlosen Rucksacktarif hat. Das weiß doch jeder. Ja. Ja. Oh, ein Nusslager. Dankeschön, Skorpion. Skorpion für dein Twitch-Pile-Abo. Vielen Dank. Auf Eichhörnchen aufpassen. Es gibt keine Eichhörnchen. Es gibt keine Säugetiere in diesem Garten. Ach, komm schon, ey. Dafür Pestizide. So, unterm Baumstamm sind ja Spinnen. Hier war da eben noch ne Pusteblume. Aber. Better than starving, I think. Hmm. Ist da eine Ameise in der Wand fest oder ist das was anderes? Ja. Arbeiterameise. Nein, ich schmeiß die Sachen mal weg. Besser ist, die aus Versehen zu trashen. Ah, Niles. Das Ding, was sich aufgebaut hat, hat vier Wassertruppen. Cool. Und deine haben zwei und null. Ich gönn mir mal einen Tropfen. Ah, Niles. Also selbst wenn eine Spinne jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Jordl? Bist du in meiner Nähe? Nee, ich hol gerade Holz Dann ist er gut Nix Hier sind nur zwei Spinnen, die sind so gegen die Wand gelaufen Vielleicht fanden die das ja doof, dass ich deren Netz kaputt gemacht habe Und deshalb sind die plötzlich angetanzt Ich weiß nicht, ob die darauf wirklich reagieren, wenn du dein Netz zerstörst Wenn sie nicht drauf sind, glaube ich nicht Es gibt keine feindlichen Säugetiere Außer den Menschen Es gibt nur Korndiebern Das wär's Ey, wir können froh sein, dass unsere Eltern nicht mal auf die Idee gekommen sind Irgendwie Gras zu mähen oder so Doch, perfekter Shape Das könnte man als Event einbauen Rasenmäher-Tag Aber glaube ich nicht, ist so schwierig Sag ich mal, dass alles weggecuttet wird Okay, sei es die Aggressivität der Spinnen ein bisschen nachgelassen hat Ja Zur letzte Woche, wo wir gespielt haben Mein Gott Wenn der automatische Rasenmäher-Bot kommt Ich geh doch lieber den selben Weg zurück Ha, obwohl geht ja gar nicht mehr Außer die zwei Spinnen vorne sind da nicht mehr Ach, scheiße Oh mein Gott Nein, 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 nein Nein, 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 nein Kacke, ey Ja, Rasenspringen haben wir schon gefunden Obwohl von der Position ist es nicht so ganz so schlimm Das kann ich wiederholen